Flux FM in digitaler Gesellschaft. Das ist zu kompliziert. Dies soll sich jetzt aber ändern. Vor einer Woche wurde die Initiative Volksverschlüsselung gestartet. Ja, auf einfache Art sollen Windows Nutzerinnen und Nutzer ihre Mails Ende zu Ende verschlüsseln können. Massenüberwachung also ade, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, ob das jetzt wirklich so einfach ist, darüber sprechen wir jetzt mit Alex Sander Sander von der digitalen Gesellschaft. Hallo. Hallo. Ja, was bedeutet eigentlich Ende zu Ende Verschlüsselung? Also das Prinzip Ende zu Ende Verschlüsselung bedeutet, dass eben Absender und Empfänger die einzigen Personen sind, die dann eben die Nachricht tatsächlich auch lesen können. Der Transportweg ist eben verschlüsselt. Es ist eben so, dass dann nicht unterwegs zwischendurch jemand zum Beispiel, wie man es vielleicht beim Brief kennt, den Brief so ein bisschen aufdampfen kann und dann mal in die Nachricht reinschauen kann, sondern es gibt zwei Schlüssel, die jeder hat und deswegen können nur Absender und Empfänger eben diese Nachricht lesen. Deswegen Ende zu Ende Verschlüsselung. Also WhatsApp ist da zum Beispiel dann jetzt ein ganz guter Vorreiter, oder? Weil die ja jetzt damit auch beworben haben, dass sie jetzt sozusagen unsere Kommunikation, wie wir beiden uns jetzt mal WhatsAppen würden, nicht durchlesen würden. Sie haben gesagt, dass sie eine Ende zu Ende Verschlüsselung haben. Das Problem dabei ist aber, dass wir den Code nicht kennen. Wir wissen also gar nicht so genau, wie sicher diese Verschlüsselung ist, die sie auf den Weg gebracht haben. Also sie sagen das, aber ob da nicht möglicherweise Geheimdienste eine Backdoor installiert haben, also dass Geheimdienste sozusagen noch einen dritten Masterschlüssel haben, um auf die Kommunikation zuzugreifen, wissen wir nicht. Deswegen auch wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Kommunikation wirklich sicher ist, ist, dass eben der Code, das Programmierte eben offengelegt wird, sodass jeder reinschauen kann und eben überprüfen kann, funktioniert die Verschlüsselung? Gibt es hier eben Zugriffe etwa für Geheimdienste oder andere Stellen? Oder ist es hier eben eine sichere Kommunikation? Und das ist eben auch eine wichtige Voraussetzung, dass eben der Code öffentlich ist. Jetzt mal so als Laie, ne? Ich meine aber derjenige, der diese Codes ja programmiert, der müsste dann auch wissen, wie man da reinkommt. Oder ist das dann irgendwie so, ja wie gibt man das denn ab, dass dann sozusagen das neutral bleibt? Naja, also man veröffentlicht das einfach im Internet. Also man schreibt sozusagen sein Programm und veröffentlicht dann den Text dazu. Also das ist ja im Grunde einfach eine Sprache, in der man eben etwas beschreibt, wie etwas funktionieren soll. Das veröffentlicht man dann zum Beispiel eben im Internet und dann können die Leute sich das eben durchlesen, können das sozusagen selber zu Hause nochmal nachbauen. Und eben testen, ob das dann eben entsprechend funktioniert, dieses Programm. Die Initiative Volksverschlüsselung, die kommt jetzt ja von der Telekom und vom Fraunhofer-Institut. Warum denn jetzt gerade von denen? Ja, das ist eine gute Frage. Warum ausgerechnet die zwei sich zusammengetan haben? Es gab schon in der Vergangenheit immer wieder Initiativen, wo vor allen Dingen Provider, auch E-Mail-Provider eben gesagt haben, wir brauchen hier irgendwie eine Initiative, um eben so eine Verschlüsselung auf den Weg zu bringen. Jetzt haben sich diese zwei Leute da gefunden, sind ja auch eigentlich vermeintlich erstmal relativ vertrauenswürdige Partner, die das eben auf den Weg gebracht haben. Und die haben sich eben entschieden, jetzt mit dieser Volksverschlüsselung an den Start zu gehen. Kann man jetzt natürlich auch kritisch sehen, dass da nur die zwei dabei sind und zum Beispiel nicht alle deutschen E-Mail-Provider, die das dann eben entsprechend unterstützen würden. Wenn ich das jetzt nutze, dann brauche ich ja eigentlich nur einen Klick und bei mir ist dann alles sicher. Oder ist das jetzt doch ein bisschen komplizierter? Also so soll es klingen, ja. Volksverschlüsselung ist die Idee, dass eben wirklich jeder ganz normale Internetnutzer ohne großes Vorwissen eben dann seine E-Mails so verschlüsseln kann. Aber so einfach funktioniert es dann in der Praxis leider nicht. Also was tatsächlich sehr einfach funktioniert, ist, dass wenn man ein Windows-Betriebssystem hat auf seinem PC, dann braucht man sich einfach nur eine Software herunterladen. Und dann wird es aber schon langsam kompliziert, weil man muss sich authentifizieren. Das bedeutet, man muss eben nachweisen, wer man ist. Das kann man machen, indem man entweder bei der Telekom-Kunde ist, dort eben bei der Telekom anruft, sagt, ja, ich habe hier Festnetzanschluss bei euch. Lockt sich dann eben ein und kann dann eben dieses Zertifikat, diesen im Grunde Schlüssel herunterladen, sodass man dann eben seine E-Mails verschlüsseln kann. Wenn man aber jetzt kein Kunde bei der Telekom ist, dann wird es richtig kompliziert, weil dann kann man, die anderen Optionen sind eben sich entweder mit dem elektronischen Personalausweis da anmelden. Den dürften die wenigsten Leute haben oder vielleicht auch benutzen. Oder, wenn man das auch nicht hat, dann kann man zum Beispiel an den Messestand eines Fraunhofer-Instituts gehen, wenn Sie eben auf einer Messe dieses Projekt vorstellen. Der nächste Zeitpunkt, wo das wäre, wäre Mitte Oktober, ich glaube 18. Oktober bei einer Messe in Nürnberg, wo man dann eben dahin fahren müsste, mit seinem Ausweis sich vorstellen müsste, um dann eben einen Code zu bekommen, damit man sich dann eben dieses Zertifikat herunterladen kann. Also hier merkt man schon, Volksverschlüsselung ist das nicht wirklich. Es ist eben sehr, sehr schwierig, dann tatsächlich eben sich irgendwo auszuweisen und für uns ist auch nicht wirklich erklärbar, warum man sich jetzt eigentlich dafür ausweisen muss. Man kann ja auch anonym E-Mails schreiben und muss dafür nicht mit seinem Personalausweis sich irgendwo anmelden, um dann eben so einen Schlüssel zu bekommen. Also da merken wir schon, wo eben diese Hürden sind und warum das eigentlich niemals eine tatsächliche Volksverschlüsselung werden kann, weil viele Leute das einfach, ob der Einstiegshürden, die dann eben gegeben sind, doch nicht nutzen werden. Ja stimmt, also wenn ich jetzt ein Mac habe zum Beispiel und keinen Bock auf Messen habe oder kein E-Perso oder kein Telekomkunde. Ja also man muss aber sagen, also es soll wohl eben auch für Mac, Linux und auch für mobile Geräte noch auf den Weg gebracht werden, aber momentan ist es eben so, dass es wirklich nur eine sehr spezifische Nutzergruppe hat, denn viele Leute rufen ja auch ihre E-Mails zum Beispiel auf dem Handy ab und wenn die E-Mails dann verschlüsselt sind und dieses Programm aber auf meinem Handy nicht funktioniert, dann kriege ich ja nur Datenmüll, dann kriege ich irgendwelche wirren Zahlen, die ich nicht entziffern kann, weil die E-Mail ja verschlüsselt ist und ich den Key eben nur auf meinem Windows-Rechner habe. Deswegen wird es dann auch erstmal unbenutzbar. Man muss so lange warten eben, bis dann eben auch für die Handys die entsprechende Software auf den Weg gebracht wurde. Das hört sich jetzt ja, wenn man jetzt mal die Utopie weiter glaubt, dass wir jetzt alle miteinander verschlüsselt kommunizieren. Ist die denn dann sicher? Also wenn ich jetzt schon höre, ich muss mich da mit meinem virtuellen oder digitalen Ausweis anmelden, dann ist ja auch wieder eine Rückverfolgung, hast du ja gerade schon gesagt, auch wieder möglich. Also irgendwo ist da denn Big Brother, wer auch immer das auch ist, dann auch wieder so zumindest schon mal informiert, dass ich da was schreibe. Das ist das eine Problem, dass es eben personalisiert ist, dass jeder weiß, dass ich hinter dieser E-Mail-Adresse tatsächlich eben als Figur stecke und eben ein weiteres Problem ist, dass es eine zentralisierte Stelle gibt, wo das eben alles verarbeitet wird, gespeichert wird, eben auch diese personenbezogenen Daten. Also ich muss mich ja ausweisen, muss sagen, hier, ich bin Alexander Sande, möchte jetzt gerne eine verschillte E-Mail schreiben und das ist natürlich dann eben auch als Angriffspunkt sehr, sehr leichtes Ziel, weil wenn man nämlich einmal diese zentralisierte Stelle gehackt hat, als Geheimdienst oder aber eben auch als Krimineller, dann hat man Zugriff auf alle Daten, währenddessen, wenn man ein dezentrales System verwendet, etwa wie bei PGP, das ist eine andere Verschlüsselungsmethode, die eben dezentral funktioniert ist, die ist viel, viel schwieriger anzugreifen und da hat das Problem natürlich ein Stück weit seine Lücken und eben durch diese ganzen Datensammlungen, eben diese ganzen personenbezogenen Daten, die da gesammelt werden, da steht auch in den AGB, dass die verwertet werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz, was dann genau damit passiert, ist auch erstmal so ein bisschen unklar, aber diese Daten werden eben verwendet und deswegen auch aus datenschutzrechtlicher Sicht kann man sich fragen, warum soll man da mitmachen, wenn es denn sehr sichere, also mindestens genauso sichere, wenn es noch sogar sichere Systeme gibt, die eben auch anonym funktionieren und warum man nicht in diese Richtung weiter erforscht und damit eine Volksverschlüsselung auf den Weg bringt, das wäre sicherlich der deutlich bessere Weg. Vielleicht gehen die von der Telekom ja auch mal ganz gerne mit dem Fraunhofer-Institut mal einheben oder so, das lässt jetzt so die Richtung auf jeden Fall schluss. Gibt es denn jetzt eigentlich Alternativen zur Volksverschlüsselung? Es gibt Alternativen, das ist vor allen Dingen auch sehr wichtig, dass es diese Alternativen gibt, denn das muss man noch sagen, diese Volksverschlüsselung darf nur im privaten Raum benutzt werden. Das bedeutet, das könnte natürlich zu Problemen werden, wenn ich zum Beispiel mit meinem Arzt kommunizieren will oder wenn ich mit meinem Rechtsanwalt kommunizieren will oder ähnliches, da kann ich zwar als Privatmensch diese E-Mail dahin schicken, aber diese Person wird ja dann eben ein kommerzielles Interesse haben, der Anwalt will eben einen Klienten gewinnen oder ähnliches und dann ist eben diese Verschlüsselung, darf er dann nicht mehr benutzen, weil er das ja nicht mehr im privaten Kontext verwendet, sondern in einem kommerziellen Kontext. Das ist nämlich auch so ein Problem an dieser Volksverschlüsselung, dass sie eben hier eben nur auf private Anwender abzielt und wenn man eben gerade vertrauliche Kommunikation mit Anwälten oder Ärzten auf den Weg bringen will, ist sie eben unbrauchbar und deswegen empfehlen wir nach wie vor PGP, Pretty Good Privacy. Also das ist eine E-Mail-Verschlüsselung, die eben dezentral funktioniert. Ich hatte es schon angedeutet. Die ist eben noch etwas komplizierter. Man braucht zwei, drei Klicks mehr, um eben diese Verschlüsselung zu installieren. Funktioniert zum Beispiel im Thunderbird ganz gut. Funktioniert auch geräteübergreifend. Funktioniert jetzt schon auf Handys. Funktioniert jetzt schon auf Mac. Funktioniert jetzt auch auf Windows. Und mit diesem dezentralen System kann man eben auch anonym seine E-Mails verschlüsseln und eben Ende zu Ende Verschlüsselung auf den Weg bringen. Das ist das deutlich bessere System und eigentlich sollte viel mehr in diesem Bereich weiter geforscht werden, dann eben dort eine Volksverschlüsselung auf den Weg zu bringen, die dann eben für die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich in so einem Einklick-System funktioniert, ohne diese Personalausweisanmeldung oder als Telekom-Kunde. Dankeschön, Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Wir haben über die Volksverschlüsselung gesprochen, die ja ein bisschen kompliziert und auch noch nicht so richtig ausgereift ist. Aber danke für deine Alternativvorschläge. Sehr gerne.